Was wir bei Storm sehen, ist, dass wir jedes Jahr in ein organisches Wachstum gehen. Die endgültigen Ressourcen des letzten Jahres werden wir dieses Jahr in die Kategorie der Ressourcen aufnehmen, darunter die Entdeckungen bei Thunder und Lightning Ridge. Außerdem haben wir in diesem Jahr bereits zwei weitere Entdeckungen bei Squall und The Gap gemacht. Wir sprechen hier über Kupfer mit AW1 und Dave. Es gibt viele Neuigkeiten, über die wir sprechen müssen. Sollen wir mit der formellen Vereinbarung über ihre kürzlich abgeschlossene Royalty-Finanzierung beginnen? Absolut, Arne. Ja, ein großer Meilenstein. Es hat tatsächlich eine Weile gedauert, um das abzuschließen. Aber angesichts der vielen Prüfungen und der rechtlichen Angelegenheiten hat es seine Zeit in Anspruch genommen. Aber ich bin sehr zufrieden, dass wir das sichern konnten. Damit erfolgt auch die sofortige Zahlung der ersten Gebühr für die Royalty in Höhe von 6 Millionen Dollar. Ich freue mich darauf, dieses Geld zu erhalten, um das diesjährige Explorationsprogramm zu unterstützen und blicke auch auf die kommenden Meilensteine in den nächsten Monaten. Ja, ich meine, sie haben viele Dinge in der Pipeline wie die Vormachbarkeitsstudie, PFS, für Anfang des Jahres 2025. Sie hatten eine großartige Bohrsaison im Jahr 2024 mit bereits 22.000 bis 23.000 Metern, die gebohrt wurden. Dennoch haben wir gerade darüber gesprochen, dass der Aktienkurs noch nicht gestiegen ist. Es ist gerade ein schwieriger Markt. Die kurze Antwort lautet, eine Menge. Investoren, die mit dem Projekt vertraut sind, wissen, dass wir sieben Bohrlöcher unterhalb von Storm gebohrt haben und zur Erinnerung, wir haben mehrere Oberflächen nahe, im Tagebau abbaubare Lagerstätten wie Cyclone, Corona, Chinook und Cirrus. Wir haben immer geglaubt, dass Storm ein großes, möglicherweise gestapeltes Kupfersystem ist. Jedes bisher gebohrte Loch hat Anzeichen von Kupfer in Tiefen von etwa 200 bis 300 Metern gezeigt, was dies bestätigt hat. Aber dies ist die erste wirkliche Bohrung, bei der wir Kernproben gesehen haben, die den oberflächennahen Lagerstätten ähneln. Während frühere Bohrungen uns kleine Hinweise lieferten, wie die 2,7% Kupfer im zweiten Bohrloch des letzten Jahres, ist dies die erste substanzielle Bohrung mit einer guten Mächtigkeit. Es gibt drei Schlüsselfaktoren, um eine Entdeckung wie diese voranzutreiben. Erstens die Bestätigung von Kupfer in diesen Tiefen, was durch frühere Bohrungen bereits geschehen ist. Zweitens die Erzielung einer potenziell wirtschaftlichen Bohrung, was dieses Bohrloch nun anzeigt, mit unterirdisch abbaubaren Gehalten im Bereich von 2 bis 3% Kupfer. Drittens der nächste Schritt, um das Volumen zu bewerten. Haben wir konsistente Mächtigkeiten über konsistente Horizonte hinweg, zusammen mit dem Volumen, das ein wirtschaftlich tragfähiges Bergbauprojekt unterstützen könnte? Das ist das nächste Puzzleteil. Apropos Volumen. Wir bewegen uns auf die Vormachbarkeitsstudie PFS zu, die eine vorläufige Untersuchung des Bergbaupotenzials dieses Projekts liefern wird. Diese ist für Anfang 2025 geplant. Liegt das im Zeitplan oder wo stehen wir mit dieser PFS? Viele Meilensteine müssen noch erreicht werden, aber viele sind bereits im Gange. Investoren hätten das Update zum Potenzial der Direktverschiffungserz DSO gesehen, das wir vor etwa einem Monat veröffentlicht haben und das sehr positiv war. Das ist unser bevorzugter Verarbeitungsweg für Storm in der Zukunft und markiert einen großen Meilenstein. Was die Ressourcen betrifft, haben wir in diesem Jahr damit begonnen. Ein Großteil der aktuellen Bohrungen konzentriert sich auf die Ressourcenerweiterung und Aufwertung, insbesondere darauf, einige der vermuteten Ressourcen in die nächste Kategorie zu verschieben. In die angezeigte Kategorie. Dies sind beides entscheidende Schritte, die zu einem Ressourcenupdate bis Ende dieses Jahres führen werden, welches dann in eine wirtschaftliche Studie zu Beginn des nächsten Jahres einfließen wird. Im Hintergrund haben wir auch Umweltstudien durchgeführt. Dies ist unsere zweite Saison vor Ort bei Storm, in der wir Basisarbeiten wie die Überwachung von Wasser- und Staubwerten sowie die Bewertung von Flora und Fauna erfolgreich abgeschlossen haben. Außerdem haben wir in diesem Jahr eine Wetterstation installiert. Zusätzlich haben wir an Bergbaustudien gearbeitet, wie der Planung von Gruben um die aktuellen Ressourcen herum und der Bewertung von Infrastrukturanforderungen wie Landebahnen und Camps. Wir haben begonnen, die Kosten zu schätzen und Annahmen über all diese Elemente zu treffen. Obwohl noch Arbeit vor uns liegt, sind wir bereits weit fortgeschritten in der Vorbereitung auf die kommenden Studien. Jetzt brauchen wir nur noch das aktualisierte Ressourcenmodell, um das Ganze wirklich abzurunden. Bezüglich der Vormachbarkeitsstudien, PFS, habe ich zwei Fragen. Erstens, werden die tiefen Bohrergebnisse Teil der Vormachbarkeitsstudie sein oder konzentriert sie sich ausschließlich auf das Potenzial des Tagebaus? Die PFS wird sich nur auf das Potenzial des Tagebaus konzentrieren. Storm kann man am besten in Phasen denken. Phase 1 ist die Möglichkeit des Direktverschiffungserzes, DSO, die darin besteht, zwei Kupferhaufen zu produzieren. Einen Haufen hochgradigen DSO-Kupfers, der etwa 70% des Kupfers enthält, und einen niedriggradigen Vorrat, den wir für eine mögliche spätere Verarbeitung durch Flotation oder andere traditionelle Methoden beiseite legen. Wir betrachten dies also als einen zweistufigen Ansatz, wobei die Exploration fast die dritte Phase ist. Jedes Jahr wachsen wir organisch weiter. Letztes Jahr haben wir eine Ressource identifiziert und dieses Jahr werden wir die Entdeckungen bei Thunder und Lightning Ridge in die Ressourcenkategorie aufnehmen. Außerdem haben wir in diesem Jahr zwei weitere Entdeckungen bei Squall und The Gap gemacht, die wir nächstes Jahr in die Ressourcenkategorie aufnehmen möchten. Jedes Jahr erweitern wir das Projekt schrittweise, während wir auch Explorationen hinzufügen, die zu einem exponentiellen Wachstum führen könnten. Wenn wir bestätigen, dass der kürzlich entdeckte Horizont unter Cyclone kontinuierlich ist und eine weitere Cyclone-Lagerstätte darstellt, dann könnte das Projekt schnell wachsen und sich in seiner Größe verdoppeln. Was den Markt betrifft, insbesondere bei Unternehmen ohne Einnahmen, ist es richtig, dass sie derzeit oft übersehen und bestraft werden. Selbst Unternehmen im Technologiesektor wie Joby Aviation stehen vor Herausforderungen. Diese Unternehmen bringen ihre Projekte voran, aber da sie noch keine Einnahmen erzielen, warten viele Investoren ab, bis dieser entscheidende Meilenstein erreicht ist. Wann können wir also mit der Produktion des Tagebau-Kupferprojekts bei Storm rechnen? Das ist eine gute Frage und vieles davon hängt von den Genehmigungen und anderen behördlichen Prozessen ab. Wir sind optimistisch, dass wir zügig vorankommen, insbesondere da wir bereits viele Umweltstudien und andere langwierige Aufgaben für die Genehmigung vorgezogen haben. Sobald wir die PEA, Preliminary Economic Assessment, oder PFS, Vormachbarkeitsstudie, abgeschlossen haben, können wir den Antrag für die Bergbaugenehmigung stellen, was ein wichtiger Meilenstein ist. Danach gibt es in dieser Region in der Regel eine 2- bis 3-Jahresfrist, um die erforderlichen Genehmigungen für eine Mine dieser Art zu erhalten. Sie haben einen guten Punkt angesprochen. Explorationsunternehmen werden derzeit im Markt nicht belohnt. Und das betrifft nicht nur unser Unternehmen, sondern auch andere Branchen wie seltene Erden und Lithium. Kupfer hat sich etwas besser gehalten, aber insgesamt stehen Explorationsunternehmen vor einem herausfordernden Marktumfeld und stabiles Wachstum Jahr für Jahr wird der Schlüssel zu langfristigem Erfolg sein. Natürlich ist es nicht ideal, das Unternehmen zu verwässern, während wir versuchen, das Projekt auszubauen. Diese Dinge können teuer sein. Daher ist es umso besser, je früher wir in die Produktion übergehen und unseren eigenen Cashflow generieren können, um die Explorationsaktivitäten selbst zu finanzieren. Deshalb drängen wir auf den kürzestmöglichen Zeitrahmen, um die erste Produktionsphase in Gang zu bringen. Was den Kupfermarkt betrifft, wenn wir uns die aktuellen Preise ansehen, liegt Kupfer bei 4 Dollar und 22 Cent, was einen Rückgang darstellt. Von den 5 Dollar, die wir vor ein paar Monaten gesehen haben. Aber wenn wir uns den langfristigen Trend ansehen, lagen die Preise im Jahr 2020 oder 2016 bei etwa 2 Dollar und 10 Cent. Insgesamt zeigt die Entwicklung also nach oben. Ja, die Inflation hat die Explorations- und Bergbaukosten um etwa 20 bis 30 Prozent erhöht, aber es ist nicht so schlimm, wie es scheinen mag. Wir müssen auch die makroökonomischen Trends berücksichtigen, insbesondere Chinas Vorstoß zur Elektrifizierung, der die Kupfernachfrage antreibt. China hat im letzten Monat eine Million Elektrofahrzeuge verkauft, gegenüber 6 Millionen im Jahr 2023 und dieser Trend beschleunigt sich. Langfristig sind wir also optimistisch, was die Kupfernachfrage angeht, auch wenn der Aktienmarkt und der Aktienkurs das nicht immer direkt widerspiegeln. Es geht um das Timing und wie Sie schon sagten, mit einem Zitat von Rocky Balboa, Es kommt nicht darauf an, wie hart du zuschlagen kannst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst und trotzdem weitermachst. Es ist großartig zu sehen, dass die Finanzierung gesichert ist, besonders mit der formellen Vereinbarung zur Royalty-Finanzierung. Das ist ein großer Schritt nach vorne, um die Zukunft des Projekts zu sichern. Sie haben auch 4 Millionen Dollar an Einsparungen bei der Logistik für 2025 erzielt, was ein großer Schritt in Bezug auf die Verwaltung der Ausgaben und den Kapitalerhalt ist. Sie und Ihr Team haben hervorragende Arbeit geleistet. Vielen Dank! Ja, das Versorgungsschiff war in den letzten Tagen bei Storm und wir haben zwei Tage damit verbracht, Vorräte zu entladen, darunter Treibstoff, schwere Ausrüstung, Bauholz und Salz für das Diamantbohren, all das für das letzte Jahr. Wie Sie erwähnt haben, sparen wir durch die Ausgaben in diesem Jahr etwa 3 bis 5 Millionen Dollar, was ein enormer Vorteil für das Projekt ist. Wir hoffen, bald einige Fotos in den sozialen Medien zu teilen und weitere Updates an den Markt zu senden. Es ist aufregend, denn so etwas ist bei Storm zum ersten Mal passiert. Die Logistikoperation hat nicht nur unsere Entladekapazitäten im maritimen Lagerbereich gezeigt, sondern auch bewiesen, wie reibungslos die Logistik in dieser Region funktioniert. Die Operation verlief ohne Probleme und zeigt, wie effizient man in der Arktis Dinge transportieren kann, genauso wie wir planen, das Kupfer von dort zu verschiffen. Wir haben einen Clip zur Logistik, der zeigt, warum dies ein bedeutender USP, Unique Selling Proposition, für das Storm Kupferprojekt ist und wir werden sicherstellen, dass wir den Link teilen. Nochmals vielen Dank für die Unterstützung und wir sind hier langfristig dabei. Als kleine Erinnerung, ich bin in AW1 investiert. Es ist großartig zu sehen, dass die tiefen Bohrergebnisse das Potenzial für ein unterirdisches Kupferprojekt aufzeigen. Zusätzlich zum Tagebau. Herzlichen Glückwunsch zu den 23.000 Metern, die Sie dieses Jahr gebohrt haben, den 4 Millionen Dollar Einsparungen bei der Logistik für 2025 und der bevorstehenden Vormachbarkeitsstudie für Anfang 2025. Außerdem sorgt die formelle Vereinbarung zur Royalty-Finanzierung dafür, dass die finanzielle Lage bei AW1 solide ist. Vielen Dank und nur zur Erinnerung, es stehen noch viele Neuigkeiten bevor. Wir haben erst die Hälfte der Analyseergebnisse vorliegen, sodass die nächsten Wochen sehr arbeitsreich werden. Es gibt auch wichtige Meilensteine für das Projekt. Daher ist es definitiv keine Zeit, sich zurückzulehnen. Tatsächlich könnte es keinen besseren Zeitpunkt geben, um in American West zu investieren, als jetzt. Wir sind wirklich begeistert von der nahen und mittelfristigen Zukunft und freuen uns darauf, weiter voranzukommen. Ich freue mich darauf, uns im November in Europa persönlich wieder zu treffen. Absolut, wir sehen uns dann.